Wir sind The Massey History und wir kommen aus Dradebeul. Das ist der Tino, ich bin die Franzi, das ist der Hans, das ist der Christoph, das ist der Christoph und wir machen Musik, nämlich Jazz-Pop, sagen wir mal so, denn es ist eine Mischung aus verschiedenen Musikrichtungen, wir haben alle sehr verschiedene Geschmäcker und so kommt das zustande. Ja, wir spielen in der Besetzung Saxophon, Schlagzeug, Klavier und zwei Gesänge und natürlich noch der Bass. Wir freuen uns auf das Mediencamp 2020. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020